Natürlich, Krankheiten zu heilen ist wichtig, ist die Aufgabe der Medizin. Aber noch besser ist es, wenn es gelingt vorzubeugen, sodass die Krankheiten gar nicht ausbrechen beziehungsweise keine gravierenden Folgen zeitigen. Und das ist so beim Hepatitis-Screening. Das Hepatitis-Virus erzeugt eine Infektion der Leber, die gravierende Folgen haben kann. Und deshalb ist es richtig, rechtzeitig diese zu entdecken, weil es inzwischen Medikamente gibt, die die vollständige Heilung ermöglichen, wenn sie frühzeitig eingesetzt sind und dadurch natürlich einen entsprechenden Mehr an Lebensqualität für die Menschen bedeuten. Gleichzeitig hat das den Effekt, dass je mehr Menschen, die das Virus in sich tragen und infiziert sind, geheilt werden, umso gering ist das Risiko für alle anderen, dass sie sich anstecken können. Deshalb die Einladung an alle, die zwischen 1969 und 1989 geboren sind, an diesem kostenlosen Screening teilzunehmen. Das ist ein Bluttest, um dann natürlich festzustellen, dass man nicht infiziert ist, beziehungsweise bei Infektion entsprechend dann die Medikamente zu bekommen, damit man geheilt wird.